So. Guten Morgen. Liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Lalala. Ey, schneid schon wieder. Entschneiden ist nicht gut, weil ich kann die Tiere da nicht rauslassen. Hmm, hm, hm, hm. Kriegen ja immer wieder schlechte Launa. Kriegen ja immer so schlechte Launa. So. Ich hab wieder vergessen, was ich wollte euch nicht. Heute ist Donnerstag. Dönerstag... Genau, da könnte ich jetzt eigentlich gleich mal zum Herrn Schmid gehen. Zum Schmidi-Schmidt-Mann. Zum Schmidi-Schmidt. Und dann... Ja, ihr geht heute nicht raus, sonst, äh, schlechte Laune und so. Wegen Schnee. Ich weiß nicht... Ah! Wir können vielleicht auch Tiere kaufen. Aber erstmal auch mal so eine Wärmelampe. Sonst nix kaufen, weil dann, äh, schlechte Laune. Du, 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 du... Träte, 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 träte! Joon, soviel ihr da. Ta, ta, ta! So Mal gucken, was man kaufen Könnte Hat er denn schon auf? Ich hoffe es Ich hoffe es, dass der schon auf hat Open, ja das ist gut Open the door Open the door We have chlor Einkaufen Na gut, brauchte ich jetzt Zwei mal Tier Ach guck mal Ziehen kann man jetzt auch Wachtel 5000 Ich nehme mal ein Schaf Schaf 1 Noch ein Huhn Ja komm Auf geschisselt Kuno So Ja gut, mehr haben wir jetzt nicht mehr Ist schade Aber es lohnt sich ja im Nachhinein Es lohnt sich ja im Nachhinein Dass die Wachteln so teuer sind Boah Leckofannie Das hätte ich jetzt nicht gedacht Warte mal Nehme mal Direkt Heu mit Damit das Tärchen auch Moin Huhn Oh warte Hilfe Hilfe Jetzt hast du eine schöne warme Lampe Das ist kuschelig und so Aber Wir müssen ja auch Heu platzieren hier Wir müssen ja auch Heusch platzieren Ich bin dabei So Ich bin dabei Ich bin dabei Ich bin dabei Okay Schmied Truhe Ne Das machen wir anders dann Ähm Warte mal Ähm I I Mann I I I Bom Press machen wir nachher Dann haben wir vielleicht nachher Dann haben wir vielleicht noch eine Truhe Über Ähm Da können wir nicht hin Bis zum Schmid Zum Schmied Ich weiß Ich hoffe Wir haben noch ein bisschen Kohle Dann Irgendwie Ja doch Müsste Müsste noch reichen Stop Ich weiß nicht ob die irgendwie besonders ist Gucken wir uns nachher an Gucken wir uns nachher an Schalömmchen Nasi Okay Okay Bronzer Okay Robin Kann man machen Muss man nicht Okay 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 Mehr haben wir nicht ne Gerade dabei Ne 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 haben wir nicht Äh Danke Mein Freund Ach wir haben ja fast auch gar nichts mehr in Kohle Äh Äh See 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 Gerne nimmt Von hier aus kommen wir ja relativ zügig wieder weg Ah guck mal Den will er nämlich Äh will sie nämlich Nee dann nix Davon auch Mega nix Und davon auch nix Okay Hätts ja sein können Dann gehen wir nochmal zum Museum Museum Und schauen mal was wir hier los werden So Collected Gegenstand spenden Ja Einmal den Ring hier Den komischen Bonsai Baum So Mal den Herkommen drauf Schüsselt Ja gut Das war's dann auch schon wieder Das können wir Zerbrochene Klinge Die können wir verkaufen Den Krug können wir auch verkaufen Kriegen wir da ein bisschen Patte Kriegen wir ein bisschen Patte Äh Äh Eben einmal gucken Können Ob da Ich weiß gar nicht weil ich mit den Stiefmütterchen Machen könnte Hier ist nix Hallo Hund Du freust dich dass du in dem Wasser Warum auch immer das nicht gefroren ist Äh Spielen kannst Okay Goldner Christ Artifakt Das Besitze Was auch immer So Das kann weg Das kann weg Insekten können eigentlich auch weg Achso Das kann hier rein Achso das andere ja auch Das auch Dass wir den Kohleofen gar nicht haben Noch nicht ne Das ist ein bisschen Ich hab das falsche glaube ich da reingeschmissen gerade Jo hab ich Weil ich so schlau bin Nervt überhaupt nur maximal ein bisschen So In die Höhle In die Höhle Der Riesen In die Höhle Der Riesen Welche waren das Die ne Die Feuerhöhle Ja Wir haben es nur bis Stufe 5 geschafft Echt Okay Wundern mich jetzt ein bisschen Aber ja gut Klar Warum nicht Saft Saft haben wir einiges da Das andere auch Die muss dringend geherrtet werden In diese Waffe Diese Waffe Äh Diese Nicht Waffe Mann Boah Was ist denn das? Seit wann konnten wir das? Konnte das schon immer? Ist mir gar nicht so aufgefallen Ist ja nicht wahr Ein Stein Wir finden Steine Ah gut Und unten Diese Kohle Und Feuergeode Und Flammenessenz Mein Level 10 wäre jetzt noch geil Ne? Keine Fast keine Kohle mehr Das ist das Traurigste an der ganzen Sache Huh Ich glaube Steine können wir irgendwann mal verkaufen Steine kann man sie hier farmen Oh Ich glaube er hat mich Erkannt Aua Er hat mich glaube ich wahrgenommen Dass ich da bin Wo geht's denn hier Zum nächsten Level? Hallo? Ist ja schon gleich 18 Uhr man Aha Ach du heiliges Gebirgsbächle Haha Oh nein Ich hätte eigentlich gehofft Dass ich direkt hier einen Höhlenausgang finde Oder so Äh also Dass wir hier relativ zügig Äh The next The next finden The next Level Wäre jetzt ärgerlich Das nicht sonst zu schaffen Wie gesagt Ich habe jetzt nicht den Fokus Gerade aufs Aufs Sammeln Äh Ich habe den Fokus gerade Eher aufs nächste Level Zwei Level bräuchten wir noch Das wäre natürlich geil Oh nein Der scheiß Maulwurf Der kommt uns zu nah Ups Geweckt den Maulwurf Oh jetzt kommen die ganzen Viecher an Oder was Ist doch nicht Natürlich kommen die jetzt alle an Ja komm Fight Oh Moment Oh Ich stehe im Gift Giftbeutel Ja sehr gut Hammer Bis der mal reagiert man Bis der mal aus dem Weg geht Dafür habe ich auch zähes Fleisch gekriegt Geil Ich bin äh Ich freue mich so Komm Ich will was finden noch Nach zwei Level ey Das wäre echt geil Das wäre mega Ich habe mal Stufe 10 erreicht Das wäre echt super Ja komm Ein noch Einen noch Und dann geht das Wo sind wir denn jetzt Achso Na komm Ein Level kriegen wir wohl noch nicht hin Äh Kriegen wir doch noch wohl hin oder Hoffe ich Bei meinem Glück ist genau das Level jetzt hier So wahrscheinlich so Am Po der Welt oder so Also der Höhlenabgang Und ins nächste Also in die nächste Höhle Also Steine könnten wir auch mal verkaufen Das Ja Ja Level 10 erreicht Sehr gut Sprengstoff Stufe 3 Sehr gut So jetzt kommen wir mit dem Fahrstuhl nämlich wieder raus Eingang Ist doch gut 179 Steine Was ist das also An Steinen soll's nicht mangeln Sprache Achso hier kann ich gar nicht Holzacken Okay Das wusste ich nicht Okay hier gibt's kein Hartholz Hätte ja sein können Jetzt bin ich zum Museum Ich bin auch so ein Schlau-Fuchs Ich wollte zerfahren Ich lese noch so Oh ja Museum Und klick trotzdem drauf Ja Manchmal Ne nicht Steine Komm doch mal auf mit so einem Mist So Sprengstoff auch noch da rein Giftbeutel Zähes Fleisch Das zähe Fleisch geht da nicht rein Okay Bronze tun wir dann hier Äh Kupfer Kupfer Nicht Bronze Kupfer ist es Ja Labor Labor Achso Jetzt hab ich noch Das muss hier noch hin Der muss auch noch da rein Steine Das 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 Ja komm hier Die Stiefmütterchen Die können auch weg Die braucht doch keinen Oink Oink Die braucht doch niemand So Zack 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 Eigentlich müsste ich ja mal Essen herstellen Und das auch eigentlich die ganze Zeit verkaufen Oder Müsste da auch gehen 36 kleine Milch Die könnten wir eigentlich mal Hier mit reinballern Zack Damit passiert Ne Da passiert nichts mit Okay Ja ich hab gedacht So 36 Milch Wegballern Pflup Weg ist es Ja 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 Ich hab's gehört Zeit Zeit Es ist Mitternacht Es ist Mitternacht Der die Mitter bracht Geh zu Schubitt Geh zu Bett So Landwirtschaft Ja wir haben ein bisschen wieder Kohle Sehr gut Bis Moin Ja